So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr das Secret Layer Commander From Cute To Brute sehen wollt und ihr habt gesagt, ja wir wollen das sehen und das wurde mir zur Verfügung gestellt von einem Kollegen von mir, danke Rudi dafür und tatsächlich wurde mir hier eins geliefert ohne dieses Siegel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht da gleich drin, was damit hier los ist, weil ich habe es noch nicht aufgemacht und es liegt auch ein bisschen fertig. Da haben wir Thank You For Being Part Of Secret Layer, mittlerweile sogar in so einem Teil das drin, spannend, in Kartengröße und dann haben wir mehr Pappe, die wir jetzt aufmachen, Papier, ah da ist wieder so eine Deckbox drumherum, die war tatsächlich sehr hübsch das letzte Mal, gucken was wir dieses Mal haben. Oh mein Gott, fliehen wir mal hier und oh mein Gott Schmetterlinge, mehr Schmetterlinge und hier auf der Seite, okay, hier auf der Seite sind Dinge. Das ist ein Nicole Bolas und das hier ist ein Nicole Bolas in Juich. Oh mein Gott, ist der knuffig. Er ist so knuffig. Ja, das ganze Secret Layer wurde jetzt ausgeliefert. Das letzte Mal habe ich anderthalb Jahre auf mein Secret Layer gewartet, dieses Mal wurde es schneller ausgeliefert, weil es pre-produktet wurde und ich bin gespannt, was in diesem Secret Layer Deck drin ist. Wir haben auf dieser Seite ein Brut. Oh mein Gott, was ein geiler Live-Counter und auf dieser Seite, okay, ich dachte auf der Seite ist jetzt irgendwie ein Qt, aber nein, haben wir nicht. Dann gucken wir uns an, was wir haben. Das Commander Deck. Hier haben wir die Qt-Seite und da haben wir die Brut-Seite. Das heißt, die Qt-Seite und die Brut-Seite. Oh mein Gott, in rot. Ist das der einzige Unterschied? Das ist der einzige Unterschied. Alles klar. Vielen Dank dafür. Und dann kommen wir direkt zu den Karten. Wie immer bei den Secret Layer Karten, beziehungsweise bei Commander Decks, öffne ich euch das Commander Deck. Ich gucke bei Karten ein bisschen rein. Bei manchen Karten, die ich ganz cool finde, werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger verweilen, euch was dazu erzählen. Bei Karten, die ich nicht so cool finde, werde ich einfach. Ihr kennt die Prozedur und ja, dann gucken wir mal, was wir haben. Ich sehe schon, da sind ein paar Karten anders drin. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich habe mich noch nicht so wirklich spoilern lassen. Ich habe nicht so viel Ahnung, was da drin ist. Wir haben im Podcast mal kurz drüber geredet, aber das war es dann auch. Die Thematik dieses Decks ist, dass es Flipkarten sind. Wir haben hier einmal Izzica, God of Trees, 3x1,4 Wachsamkeit und das ist der Commander, weil er ist fünffarbig. Mit den ganzen Dingen drauf. Da ist der, der Sorin, äh ne Sorin, die Abasin drauf, der Nicol Bolas, hier dieser, dieser Vampir. Gut, das ist ganz cool gemacht. The Prison Bridge. Aber die ist in diesem Plastik. Dann haben wir Archangel Asin, Gott ist die hübsch. Hallo, Dirk. Und das ist ein sehr, sehr cooler Commander und die verwandelt sich in Abasin the Purifier. Ähm, dieses Commander Deck habe ich gespielt auf dem Commandfest, was wirklich viel Spaß gemacht hat. Dann haben wir einen Bloodline-Bloodline-Keeper. Auch super hübsch. Der macht Vampire und die Brute-Seite. Lord of Lineage. Richtig der Shit. Und die Karte, für die sich die meisten Leute dieses Commander Deck kaufen werden. Dann haben wir einen Nicol Bolas. Und Nicol Bolas. Auf dieser Seite sehr, sehr hübsche, coole Karte. Wirklich hübsch. Und die Westfell Abbey auch hier. Sehr, sehr cool. Dass wir die auch dabei haben. Rainbow und der Teufel, der darunter wohnt. Das ist wirklich, wirklich cool. Das ist die Thematik dieses Decks. From Cute to Brood. Und ja, das ist das gesamte Deck, von der Interesse halbe her. Ich weiß nicht, warum wir jetzt fünf Stück davon in diesem Hard Plastik haben. Also, wir haben sie offensichtlich, weil wir sie hier nochmal haben wollen. Und den Nicole Bolas kann man bestimmt geil als Commander so benutzen. Wirklich cool. Aber ja, dann haben wir die ganzen nochmal in Foil Extended Art. Spannend. Auch hier wunderhübsch. Und da hübsch. Bloodline Keeper. Den Nicole Bolas in Foil. Wirklich hübsch. Aber ultra krass hier vom Artwork her. Die Westworld Abbey. Und dann haben wir das Commander Deck. Erstens finde ich es ziemlich unfair, dass die Kython drin haben, weil das ist jetzt eine Karte von der Liste, die ich tatsächlich brauche. Danke, Wizards. Das ist dasselbe wie der Schattensperr, den ich mir auch noch nicht gehoolt habe, aus dem letzten Commander Deck. Kython sehr cool. Legions Landing. Wending. Auch eine sehr coole Karte. Was bist du denn? Ach, du bist dieses dieses kompetabtes Spiel. Wending. Dann haben wir hier noch einen Gott. Jace. Der war mal 60, 70 Euro schwer. Der ist auch wirklich, wirklich eine coole Karte. Search for Axanthe. Auch eine sehr, sehr geile Karte. Oh mein Gott. Wirklich cool. Damit habe ich sogar ein Deck gebaut. Wow. Also hier sind teilweise echt coole Karten drin. Die Liliana. Sind also alle dieser Planeswalker drin? Sehe ich das richtig? Und Valky. Der hat mal eine Zeit lang modern und unsicher. Unsicher ist das Wort, was ich gesucht habe. Gemacht. Dann haben wir einen Voldanen Perrier. Mit Transform und Madness. Was machst du denn? Transformed. Sacrifice. El Drasi Vampir. Okay. Da ist die Chandra. Auch cool. Die Thematik ist halt hier. Alles eine Flipkarte. Es ist alles eine doppelseitige Karte. Ich werde euch nicht 100 doppelseitige Karten vorlesen. Es tut mir leid. Aber ich kann es dir zumindest zeigen. Und ihr könnt dann anhalten und sie lesen. Und wenn es irgendwas cooles ist, werde ich es auch noch vorlesen. Es sind keine neuen Karten dabei. Und es ist vor allem, was ich sehr schade finde, keine Payoff-Karte dabei. Das finde ich ein bisschen schade. Dann haben wir God of Kinship. Auch sehr cool mit der Ding. Wenn irgendwie eine Payoff-Karte, immer wenn eine Karte flippt oder wenn eine Karte sich umdreht, oder ist er dabei, wäre irgendeine neue Karte. Aber das ist leider nicht der Fall. Der Handmaster. Es sind leider Gottes wirklich alles alte Karten. Die beiden. Arlin. Beide können nicht als Commander gewählt werden, was ich sehr schade finde. Haben wir dann Klim. Oh, der ist gar nicht mal so alt. Gravejuts. Kann nicht getargetet werden. Und du kannst hier Dinge tun. Journey of Eternity. Ich muss die ja immer umdrehen. Ludewig. Auch eine sehr coole Karte. Oh, Mila und The Crafty Companion. Und Luca. Coole Kombination. Plark. Das sind halt, ja, ich sehe schon, das sind halt diese komischen Strixhaven-Dinger. Strixhaven ist halt echt nicht mein Set gewesen. Äh, auch wenn ich die, die teilweise sehr cool fand. Aber es war echt nicht mein Set. Dann lieber sowas hier. Gateway. Der absolute Wahnsinn. Sehr, sehr coole Karte. Ähm. Man kriegt einfach X-Mana über X die Anzahl an Leben ist. Was zur Hölle. Das ist wahnsinnig stark. Das Drowsing. Sehr cool. Dramatic Compass. Den spiele ich tatsächlich aktuell auch im Commander. Sehr, sehr starke Karte. Macht halt so ein Land, was auch enttappen kann, angreifen kann. Treasure Map. Die macht irgendwas. Und dann die Pathways. Ein Pathway, zwei Pathway, drei Pathway, vier Pathway, fünf Pathway, sechs Pathway, sieben Pathway, acht Pathway, neun Pathway, zehn Pathway. Alle zehn Pathways. Gut, Deckbuilding. Dankeschön. Keine Tempel. Vielen, vielen, vielen Dank. Balaghet. Oh, Garok Relantis. Ich fände es halt cool, wenn sie hierzu ein extra Package bezahlt hätten. Und du hättest einfach für jede Karte eine Flipkarte für dein Deck bekommen können. Weil es gibt ja diese Karten, die man einsetzt, statt diese Karten gobbeltgesleeved ins Deck zu tun. Das fände ich schon witzig, wenn so viele Reminder-Karten halt da unterwegs wären. Genau. Sissi, keine Doppelkarte. Ursa Ruination Blast. Oh, Dawnbringer. Primal Dawn. Sehr coole Karte. Sphinx of the Second Son. Geiles Probe. Alles Rears. Das ist wirklich Wahnsinn. Emrah. Time Warp. Utter End. Starken Karten. Wirklich starke Karten. Nee, die ganze Zeit kleine. The World Tree. Das ist keine schlechte Karte. Primordial. Und dann kommen die Uncums. Du bist doch nicht Uncum. Du warst doch mal Rare, oder? Der ist auch noch Rare. Warum ist hier ein Pognify und dann ein Butcher? Harmonized. Highless Provision. Der ist gar nicht so alt, aber auch tatsächlich was wert. Putrefy. Riss. The Redeemed. Warum sind die teilweise Rares dazwischen? Dann wieder Uncums. Arcansignet. Chromate Klaterne. Absolute Staple. Finde ich super großartig, dass die hier drin ist. Feverstone, Meteor Golem, Sandstone Oracle, Thulring, Command Tower, Evolving Wilds, O-Shards. Dann Tripelländer, die keine Triumme sind. Dann nochmal Tripelland. Dann Dueland. Nochmal Tripelländer. Raussuchen Länder. Und dann von jedem Basic Land 1. Okay, spannend. Dann kommen hier Tokens. Vampire, Wölfe, 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 Pest, Pest. Die sind auch Doppelzeit. Uh, da sind die ganzen Embleme dabei. Oh mein Gott, da sind die ganzen Embleme dabei. Das ist der Hammer. Und, oh mein Gott, ich sehe es schon. What the fuck? Wie hübsch bist du denn? Daver of Secrets, 1-Manna-1-1. Beginnst abgibs. Guck, was du gerne angucken. Legacy Staple. Ist der hübsch. Und hier ist die Brood-Seite. Ist der hübsch. Oh mein Gott. Ja, das ist der Hidden Track, wie man schön sagt. Ich finde das Deck cool. Ich finde das Deck wirklich cool. Es ist halt nicht so das krasse Pay-Off-Ding wie jetzt das letzte. Hier sind alles Flipkarten. Es gibt kein richtiges Pay-Out dafür. Das gab es beim Alten auch nicht. Und es ist halt einfach ein Secret-Layer. Secret-Layer sind Reprint-Sachen. Ich finde es immer strecklich, wenn sie Secret-Layer Beyond machen und dann halt zum Beispiel wie bei dem Walking Dead einfach neue Karten da reinprinten. Das finde ich schlimm. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass keine Pay-Off-Karten drin sind. Ich finde es schade, dass es keine Pay-Off-Karten gibt für dieses Deck. Weil, dass eine Karte flippt, gibt es halt selten einen Pay-Off für irgendwas. Dementsprechend, ha, schwierig, aber spannend und eigentlich ganz cool einfach so als Deck zu haben. Die Deckbox aus dem komischen Papierplastik, auch der Wahnsinn. Der Live-Zähler, sehr, sehr cool. Und ja, alles in allem finde ich, das ist ein sehr, sehr cooles Produkt. Der Preis, müssen wir nicht drüber reden, er ist teuer und es kostet echt eine Menge Geld und ich weiß nicht, ob es das wert ist, ehrlich gesagt. Aber es ist einfach ein sehr, 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 sehr cooles Deck, was man so out of the box mal spielen kann. Und wer es nicht haben möchte, wer jetzt nur sowas haben will, der kann sich auch hier diese Pappkarten holen. Für zum Beispiel den süßen Nicole Bulleis. Ja, ich finde es okay. Ich hätte es mir jetzt persönlich nicht so wirklich gekauft, weil ich bin kein Commander-Spieler. Aber ich kann verstehen, dass Commander-Spieler das Ding kaufen und es tatsächlich gut finden. Dementsprechend seid lieb zueinander in den Kommentaren. Ich weiß, bei solchen hochwertigen Produkten oder teureren Produkten seid ihr immer wieder ein bisschen angriffslustig. Deswegen seid freundlich zueinander in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ich öffne hin und wieder mal hier so Stuff und mache auch andere Videos. Also wenn ihr den Kanal noch abonnieren würdet, wäre nicht cool. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablachseht. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020